24. September 2020 Während Astrid Claudia Schmutzler um das Leben von Alex, Philipp Oliver Baumgarten, bangt, erfährt sie, dass Bia, Clara Apel, ihr zuliebe auf eine Zukunft mit Freddy, Marco Valero, verzichten will. Ohne lange zu überlegen, gibt sie Bias Bewerbung eigenmächtig ab und nimmt ihre Tochter die Entscheidung ab. Völlig verzweifelt gesteht Henning, Herbert Ulrich, dem im Koma liegenden Alex sein Leid. Amelie, Lara Isabel Rentink, versucht zu verdrängen, wie sehr der Prozesstermin gegen Dorbens Mörder sie belastet. Weiter, Lodga Burmann, Gib Ben, Rakin Michael Meziani und Tina, Katja Frenzel, einen großzügigen Kredit für das Rosenios.